Dung, 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 dung. Da hat es einen Platz, das hat es auch verdient. Oha, danke schön. Prost, Schatz, auf die heutige Abfahrt. Ach und? Ziemlich kalt war es heute, aber taugt hat es mir trotzdem. Ja. Vor allem die Ahnung Abfahrt durch die Felsen, die war echt genial. Nein. Und hier bin ich jetzt schon. Sollen wir gehen? Das ist eh schon fast 6 Uhr. Zahlen, bitte schön. Was ist das? Mhmh. Mhm. Mhmh. Mhmh. Mamaheit. Mhmh. Mhmh. Ihr Diver! Was ist denn?